Herzlich willkommen zur fünften Videolösung, wo wir die Helmholzspulen anschauen wollen. Wir haben als Spule hier eine Leiterschleife, die wir zunächst betrachten, kommen nachher auch zu zwei Leiterschleifen, aber fangen an mit dieser einen hier. Die Symmetrieachse dieser Leiterschleife ist die Z-Achse hier und wir haben einen Strom hier, der kreisförmig umläuft, eingezeichnet. Das Magnetfeld dieser einfachen Leiterschleife kennen Sie aus der Vorlesung, das ist hier gegeben µ0 halbe, ist proportional zum Strom dann, ist proportional hier zu r² und auf der Z-Achse über dem Abstand jetzt zu der Spule, das ist also r² plus z², klammern die Wurzel draus und dann hoch 3. Also insgesamt haben wir diesen Ausdruck, den Sie kennen. Wenn wir uns das Feld dieser einen Spule mal anschauen wollen, immer nur auf der Z-Achse jetzt, dann zeichne ich Ihnen das hier hin. Das Feld sieht so aus. Wir haben auf der Achse im Zentrum der Leiterschleife ein Maximum und haben dann einen Abfall zu beiden Seiten hier der Spule und wir sehen, dass für große Z, also Z groß gegenüber r, das Ganze hier wie z hoch 3 abfällt. Das ist dieser lange Abfall da. Das Maximum, was wir hier haben, die Bedingung dafür wäre, dass die erste Ableitung von diesem bz, was hier geschrieben ist, nach z verschwindet an der Stelle. Das reicht uns aber in der Aufgabenstellung nicht als Bedingung, dass wir da unser Experiment in einem homogenen Feld machen wollten, weil wir haben trotzdem noch eine nicht verschwindende zweite Ableitung hier. Wir würden als homogene Bedingung haben wollen, dass die zweite Ableitung auch verschwindet, damit wir hier einen flachen Verlauf bekommen. Das ist mit einer Leiterschleife nicht zu realisieren, aber wir tun das gleich mit zwei Leiterschleifen. Wenn wir gerade die Ableitungen uns hinschreiben, weil wir die weiterhin brauchen, dann sehen die so aus. Also die erste Ableitung von bz nach z ist hier gegeben. Die zweite Ableitung haben wir hier. Wir sehen, dass bei z gleich 0 an der Stelle natürlich die erste Ableitung verschwindet, so wie das sein muss für einen Extremwert. Und die zweite Ableitung, weil der Term bei z gleich 0 verschwindet, ist negativ. Negativ ist eine Bedingung fürs Maximum. Das ist auch sinnvoll, so wie wir den Strom hier eingezeichnet haben. Läuft er hier also so rum, also in einem rechtshändigen Koordinatensystem mit rechter Handregel im mathematisch richtigen Umlaufsinn. Das heißt, das i ist positiv in diesem Koordinatensystem. Das heißt, unser b ist auch positiv, hat also da tatsächlich ein Maximum. Das ist damit alles konsistent. Jetzt haben wir in der Aufgabenstellung gesagt, wir möchten eine zweite Leiterschleife haben und mit dieser zweiten Leiterschleife versuchen, ein homogenes Magnetfeld hinzubekommen. Und wir werden das so tun, dass wir dann verlangen, dass die zweite Ableitung für das Gesamtfeld, also aus der Summe von dem Feld von zwei Leiterschleifen, auch verschwindet. Also wir haben in irgendeinem Abstand, den wir noch nicht kennen, wo wir gleich schauen müssen, dass dieser Abstand optimiert wird auf ein möglichst homogenes Feld, haben wir eine zweite Leiterschleife, die jetzt ein zusätzliches Feld erzeugt, was wir dem ersten überlagern. So, jetzt haben wir im Abstand d von der ersten Spule auch die zweite Spule mit ihrem Feld, was hier in rot eingezeichnet ist, was natürlich genauso aussieht wie das der anderen Spule, wenn ich den gleichen Strom durchfließen lasse. Das will ich mal tun. Und wir sehen, dass wir sofort hier auch grafisch an dem Verlauf dieser beiden Kurven, dass wir an der Stelle, wo wir den Schnittpunkt der beiden Kurven haben, dann für das Summenfeld einen Extremwert haben werden. Der wird im Abstand von d halbe sein. Und weil wir gleich im Summenfeld eine Bedingung suchen wollen, wo wir ein breites Maximum haben, brauchen wir auf jeden Fall das Verschwinden der ersten Ableitung. Das heißt, wir werden uns diesen Punkt hier bei d halbe im Folgenden genauer ansehen. Also, wir interessieren uns für die Summe von dem Feld b1 und dem Feld b2 an diesem Punkt c genau in der Mitte zwischen diesen beiden Spulen. Also, wenn wir b1 auswerten, werten wir es an der Stelle plus d halbe aus, wenn wir b2 auswerten in den Punkt c an Stelle minus d halbe von hier aus gemessen jeweils. Das heißt, das Summenfeld bc an dieser Stelle ist gerade die Summe von b1 plus b2 an diesen Stellen und ist das gleiche wie hier oben das Feld, was wir allgemein im Abstand z von der Spule hingeschrieben haben, im Abstand d halbe. Das Vorzeichen fällt weg, weil wir quadrieren und dann von jeder Spule der gleiche Beitrag, also zweimal den Ausdruck hier. Die erste Ableitung von der Summenfunktion am Punkt c ist bc' setzt sich zusammen aus den ersten Ableitungen hier jeweils an d halbe und minus d halbe und wir finden, weil die erste Ableitung hier den Faktor z drin hatte, dass wir alle anderen Faktoren haben, aber dieser Faktor z, wenn wir den summieren, ist gerade d halbe minus d halbe und führt also dazu, dass die erste Ableitung verschwindet, wie wir uns anschaulich eh schon klar gemacht hatten. Die zweite Ableitung von der Summenfunktion an der Stelle c hier, ist also b2' c, da haben wir die Summe zu nehmen von der zweiten Ableitung von b1 an der Stelle d halbe, zweite Ableitung von b2 an der Stelle minus d halbe, setzen hier oben ein, kriegen wir einen Faktor 2 vor, weil das z taucht nur quadratisch auf, das heißt wir haben nur quadratische Terme d halbe zum Quadrat, das heißt das Vorzeichen spielt keine Rolle hier, bekommen die zwei Ausdrücke. Und jetzt möchten wir gern ein homogenes Feld haben, das heißt wir wollen tatsächlich, dass an dem Extremwert das b-Feld flach wird, das heißt wir verlangen, dass die zweite Ableitung auch verschwindet, null ist. Das heißt wir haben diesen Term hier, der muss verschwinden, der Vorfaktor ist konstant, also hier diese Differenz muss gerade gleich null sein. Also wir sehen direkt, wenn diese Differenz hier null sein muss, dann haben wir die 15 d-Quadratviertel von hier gleich 3 und hier bleibt wegen der unterschiedlichen Potenzen ein r-Quadrat plus d-Quadratviertel übrig. Lösen wir schnell auf, dann ist d gleich r. Da es gibt im Prinzip auch in der quadratischen Gleichung eine negative Lösung hier, aber die macht natürlich für den Abstand keinen Sinn. Also wir finden die sogenannte Helmholtz-Bedingung. Für zwei stromdurchflossene Leiterschleifen, die wir hier haben, erhalten wir dann ein möglichst homogenes Feld im Zentrum, wenn für gleichen Strom natürlich, der durch die Schleifen fließt, diese genau im Abstand des Radius positioniert werden. Also wir müssen noch ein bisschen näher aneinander rutschen, als ich das hier gemacht habe. Dann erhalten wir hier im Zentrum eine Region, wo das Feld entlang der Achse nicht nur die erste Ableitung verschwindend hat, sondern auch die zweite Ableitung. Wir haben gesehen, bei der ersten Ableitung ist sie wegen einer Potenz in z ungerade. Das heißt, die verschwindet da. Die zweite musste nicht unbedingt verschwinden, haben wir aber so eingerichtet. Wenn Sie hier wieder ableiten würden, würden Sie sehen, dass die dritte wieder nur ungerade Potenzen in z hat. Das heißt, die dritte Ableitung verschwindet hier auch. Und dann die vierte wird im Allgemeinen von 0 verschieden sein hierbei. Solche sogenannten Helmholzspulen, also Spulen, Kreisspulen mit Radius R im Abstand R voneinander angebracht, finden tatsächlich vielfältige Anwendungen. Wir haben in der Regel dann nicht nur eine Leiterschleife hier und eine Leiterschleife da, sondern wir wickeln dünne Spulen, damit wir entsprechend höhere Stromwindungen anbringen können und stärkere Felder bekommen. Aber vom Prinzip her funktioniert es dann genauso. Wir erreichen dadurch ein recht homogenes Feld im Zentrum der Spule und haben Zugang zu unserem, was auch immer wir in diesem Inneren im Punkt für ein Experiment machen wollen. Sie haben in der Vorlesung natürlich kennengelernt, dass wenn wir eine Spule haben, eine lange, ich zeichne jetzt nicht ewig lang, aber eine lange Spule haben, dass das Feld auf der Achse hier ein homogenes ist. Aber wenn Sie sich vorstellen, in Ihrem Experiment möchten Sie im Zentrum hier dieser Spule experimentieren, dann ist das für eine Spule, die zehnmal so lang ist wie Ihr Durchmesser, doch relativ schwierig. Das Feld ist dafür sehr homogen da, aber wir können einen Kompromiss machen, wenn wir nur einen kleinen Raumbereich hier ein homogenes Feld brauchen, können wir das schon mit Helmholzspulen erreichen. Es gibt Spulenanordnungen jetzt, wenn Sie vier oder mehr Spulen zulassen, die dann nicht nur die zweite Ableitung verschwinden lassen, sondern vielleicht auch noch die vierte Ableitung verschwinden lassen, sodass Sie nach und nach Feldgradienten verkleinern können, dass Sie das Volumen des homogenen Bereichs vergrößern können. Aber als einfache Anordnung im Labor, in Experimenten, um ein homogenes Feld zu erreichen, findet die Helmholzspule vielfältige Anwendungen. Ich hoffe, Sie haben gesehen, dass die einfache Leiterschleife also durchaus sinnvoll ist und freue mich auf die nächste Videolösung.